Schaut mal einmal rein, ob da irgendwelche Hydraulikzeugen oder was weiß ich nicht, ob es dort ist. Man schaut sich hier diese ganzen Plätze an, so die Pitotubes, die Static Ports. Hier sind die Total-Air-Temperature-Rains. Ah ja, vom Heistock, ne? Ja, oft tanken wir viel, viel Sprit. Wenn wir durchtanken, dann muss man relativ aufpassen, wenn man da oben ist im Winter, dann dreht das hier Ding an und dann muss der entheisen. Ja. Das geht halt jetzt vom Wind. Oh ja, man merkt die Wärme. Und da wird jetzt gerade betankt? Ja. Da wird jetzt gerade getankt, ne? Wie ist es denn eigentlich? Weißt du, ob man soll zu tanken oder stellt man das irgendwie in der Maschine ein? Ja, das steht ja hier oben, also im Pen A, so. Okay. Deineilloche, Sie müssen auch einfach gucken, okay. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen in der Maschine. Ich kann es jetzt in der Maschine, so. Und dann sind wir hier oben, auch da. Und dann ist es nicht nur ein bisschen zu verraten, jetzt nur ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.